Das mit den Internetsperren Sag mal, Jimmy, das mit den Internetsperren, haben wir das eigentlich jetzt gelöst? Ja, das werden wir lösen. Das ist gut. Warum klappt das nicht mit den Sperren nochmal? Das mit den Sperren hätte nie funktioniert. Das kann man viel zu leicht umgehen. Stimmt, und wir haben auch gesagt, man baut da die gelben Seiten des Schunzes im Internet auf, weil gegen Kinderpornografie im Internet waren wir eigentlich schon immer. Richtig, und deswegen wollen wir auch viel effektiver jetzt löschen. Das klappt auch. Das haben wir jetzt auch im letzten Jahr beweisen können. Und deswegen haben wir jetzt die Lösung ja auch gefunden. Sag mal, warum hat das so lange gedauert? Naja, das hat halt ein bisschen länger gedauert, aber dafür ist es gut geworden. Richtig, und es hat sich gelohnt, dass wir drangeblieben sind. Stimmt. Guck mal hier. Löschen statt sperren. Das bringen wir jetzt, würde ich sagen, dem Internets mit, oder? Genau. Alles klar. Komm, lasst es gehen. The best Weihnachtsgeschenk I can think about is more and more and more information freely available on the Internet. The more information we have, the wiser we are, the more connections we can make. That's what I want for Christmas. Friedrich Weihnachten.